Die Aktivierungsenergie der Durchtrittsreaktion ist die Ursache für die Durchtrittsüberspannung. Um Überspannungen an einer Elektrode zu messen, nutzt man üblicherweise die 3-Elektroden-Anordnung. Wir haben eine Messelektrode, hier mit E2 gekennzeichnet. Wir haben eine Gegenelektrode, hier mit E1 gekennzeichnet. Zwischen Mess- und Gegenelektrode fließt ein Strom gegebenenfalls und wird mit einem Ampermeter gemessen. Das Potential der Messelektrode wird stromlos gegen eine Referenzelektrode E3 gemessen. Hier haben wir das Voltmeter. Derartige Messungen liefern Stromspannungskurven, das sind Kennlinien einer Elektrode. Hier haben wir die Stromspannungskennlinie der Silberelektrode. Wir haben als x-Achse das Potential Phi aufgetragen. Wir haben als y-Achse die Stromdichte I. Ein positiver Strom ist ein anodischer Strom, hier findet eine Oxidation statt. Ein negativer Strom ist ein kathodischer Strom, hier findet eine Reduktion statt. Wenn wir überhaupt keinen orseren Strom haben, also I gleich Null, haben wir das Gleichgewichtspotential, in unserem Fall 0,8 Volt. Wenn wir auf das Gleichgewichtspotential normieren, dann können wir eine weitere Achse hier einfügen, die Überspannung. Die Überspannung ist am Gleichgewichtspotential gleich Null, geht in die positive oder in die negative Richtung. Der anodische Ast hat die Form einer Exponentialfunktion, der kathodische Ast läuft in eine Sättigung. Wir schauen uns die Vorgänge an einer Silberelektrode etwas genauer an. Butler und Vollmer haben für die kathodische und anodische Teilstromdichte Ausdrücke abgeleitet, in denen die Austauschstromdichte I0 und der Durchtrittsfaktor Alpha Parameter sind. Hier haben wir die anodische Teilstromdichte, die mit einer Oxidation verknüpft, hier haben wir die kathodische Teilstromdichte und mit einer Reduktion verknüpft. Im Gleichgewichtspotential sind I plus gleich Minus I minus gleich I Null. Hier haben wir die Elektrode anodisch polarisiert. Der anodische Strom überwiegt den kathodischen Strom. Wir haben in der Summe einen außen messbaren anodischen Strom. Wir haben eine positive Überspannung und das Potenzial ist größer als das Gleichgewichtspotential. Im umgekehrten Fall ist die Elektrode kathodisch polarisiert. Der kathodische Strom überwiegt den anodischen Strom. Die Überspannung ist negativ. Das Potenzial ist kleiner als das Gleichgewichtspotential. Bei kathodischer Polarisation wird Silber abgeschieden. Bei anodischer Polarisation wird Silber aufgelöst. 0,8 Volt Gleichgewicht 0,9 Volt positiv anodisch polarisiert 0,7 Volt negativ kathodisch polarisiert Hier haben wir die beiden entsprechenden Äste. Die Potenzialskala können wir umskalieren in die Überspannungsskala. Dann ist hier in der Mitte 0 Volt Überspannung, hier plus 0,1 und hier minus 0,1. Die Gesamtstromdichte setzt sich immer aus zwei Teilstromdichten zusammen, der katholischen und der anodischen Teilstromdichte. Hier unten haben wir die komplette Butler-Follmergleichung. I0 ist die Ausdauerstromdichte. Alpha ist der Durchschnittsfaktor. Alpha kann Werte von 0 bis 1 annehmen. Der Zahlenwert von Alpha hängt davon ab, ob der Übergangszustand völlig ungeladen ist oder eine volle Ladung trägt. Hier haben wir die beiden Äste der Butler-Follmergleichung und blau gezeichnet die messbare äußere Stromdichte. Wir erkennen, dass bei kleinen Überspannungen diese messbare Stromdichte fast linear mit der Spannung sich ändert. Wir haben hier einen ohmschen Bereich. Bei großen katholischen und anodischen Überspannungen haben wir einen rein exponentiellen Abstieg oder Abfall. Das ist der sogenannte Tafelbereich. Hier können wir nach der Methode von Tafel auswerten. Bei kleinen Überspannungen haben wir den ohmschen Bereich. Wir können die Exponentialtherme annäherungsweise ersetzen. Wir stellen fest, dass Stromstärke und Überspannung proportional sind. Der Quotientüberspannung durch Stromdichte ist der Durchtrittswiderstand. Sogenannte nichtpolarisierbare Elektroden haben sehr steile Stromspannungskennlinien. Hier haben wir Austauschstromdichten von mehreren Ampere pro Quadratzentimeter. Entsprechend gering ist der Durchtrittswiderstand. Beispiel hierfür ist die Silberelektrode oder andere Referenzelektroden. Hierüber gibt es polarisierbare Elektroden, etwa die Klecksilberelektrode. Die Elektrode verläuft sehr flach. Der Durchtrittswiderstand ist sehr groß. Entsprechend klein ist die Austauschstromdichte. Wir können jetzt auch genau diskutieren, was an einer Danielzelle passiert, wenn man sie entlädt oder lädt. Eine Danielzelle ist aus einer Kupfer- und einer Zink-Elektrode aufgebaut. Die Leerlaufspannung können wir hier ablesen. Wenn die Zelle Strom liefern soll, dann muss an der Zink-Elektrode ein anodischer Strom fließen. An der Kupfer-Elektrode muss ein gratulicher Strom fließen. Das ist eine Klemmspannung, die deutlich unter den 1,1 Volt der Leerlaufspannung liegt. Beim Auflandungsdienst-Akkus müssen wir hingegen die Zink-Elektrode als Kathode schalten, die Kupfer-Elektrode als Anode und müssen entsprechend eine größere Spannung als die Leerlaufspannung an die Klemme legen. Wenn wir sehr große positive Überspannungen haben, können wir den grünen Teil, also den katholischen Strom, außer Acht lassen. Dann wird die Stromdichte ungefähr gleich der anodischen Stromdichte. Wir können dann logarithmieren. Wenn wir LNI gegen ETH auftragen, haben wir die sogenannte Tafelauftragung. Im unbekehrten Fall, wenn ETH gegen Niesel endlich geht, können wir die rote anodische Stromdichte vernachlässigen und haben dann eine entsprechende Form für die katholische Stromdichte. Das ist der sogenannte Tafelplot, die Tafelauftragung LN Stromdichte gegen ETH. Diese funktioniert naturgemäß nur bei höheren Überspannungen. Bei kleinen Überspannungen haben wir deutliche Abweichungen von dieser Geraden. Wir verlängern die tafelschen Geraden, erhalten als Schnittpunkt mit der LNI-Achse die Austauschstromdichte. Aus der Steigung der Geraden können wir den Durchtrittsfaktor ermitteln. Die Durchtrittsüberspannung kann mit der Formel von Butler und Vollmer beschrieben werden. Wenn wir sie auswerten wollen, können wir das nach Tafel tun, indem wir den Logarithmus der Stromdichte, die mit der Überspannung auftragen, aus der Steigung und dem Achsenabschnitt der Geraden Durchtrittsfaktor und Austauschstromdichte ermitteln. Aus dem ohmschen Bereich können wir den Durchtrittswiderstand ermitteln. Auch hier haben wir die Möglichkeit, I0 zu berechnen.